Willkommen zu einem neuen Video. Ich kann meinen Gegner absolut kein bisschen einschätzen. Das Huhn hat mich definitiv verraten. Zuallererst tut mir leid, dass Dienstag kein Video kam. Ich bin im Moment ziemlich beschäftigt damit, zum einen ein paar größere Sachen zu machen. Also teilweise Sachen, so z.B. ich will Stream-Highlights von einem etwas längeren Stream mit Tim zusammen machen, wo wir ein Battle Royale-Game ein bisschen angezockt haben. Der Shot war ganz nett, glaube ich. Aber da habe ich halt vier Stunden Videomaterial. Und ich habe eine 100er Headshot Percentage. Das finde ich ganz in Ordnung offen gestanden. Ja, da habe ich halt einfach... Ey, ganz kurz. Ich weiß selber nicht, was ich gerade für Klicks drücke. Aber ich habe das Gefühl, dass der ein bisschen besser wird beim Aimen. So, das schaue ich mir jetzt mal ganz kurz an. Leck! Ah ja, genau. In 7. Ich hätte mir gedacht, offen gestanden. Ach so. Neck! Also klar, es hat bei mir nicht gelackt, aber... Es hat bei ihm in der Runde auch nicht gelackt. Jede Wette. Ich habe halt da teilweise etwas größere Projekte. Ich habe zum Beispiel auch noch ein Matchmaking zusammen mit Paul. Ähm... Irre genommen! Und... Da musste ich halt mal gucken, auch wie... Ich das mache. Also ich bin damit praktisch schon durch, aber es fehlt halt noch so ein bisschen Feinschliff und so weiter. Ich habe an dem Video eine Dreiviertelstunde Rohmaterial habe ich am Edit und diesem ganzen Stuff... Acht Stunden in etwa gesessen. Und ich bin halt immer noch so... An einem Punkt, wo ich halt noch den letzten Feinschliff machen muss. So, und das ist halt einfach so was... Ich mache das halt auch so... Ich streame im Moment ziemlich aktiv auf Twitch. Das heißt, folgt mir mal super gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich habe in den letzten drei Tagen irgendwie bestimmt 6-7 Stunden auf Twitch gestreamt. Damit, je nachdem wie lange ich an einem Video sitze, je nachdem was ich für ein Video habe und so weiter, sind das Videos für... Sind das Videos für eine Woche. Ich weiß nicht, ob er denkt, dass er es noch backpullen könnte. Ja, letzten Endes halt Videos für eine Woche. Und... Ähm... Ich gehe halt auch zur Schule, das ist die Sache. Ich gehe zur Schule, ich mache... Ich streame... Ähm... Ich lasse ihn jetzt mal schreiben. Ich lasse ihn jetzt mal schreiben. Junge! Ähm... Hi. Ja, komm. Der fühlt sich toll, weil er... ... eine Zweier-Win-Streak hat. Ja, komm. Der fühlt sich toll, weil er... Jungbetten, dir hat man auch Killiert mich jetzt... Walam betten wir, ihr prova16illiert mich jetzt... Fr Wiese Notfall. Von... Auf Tamacht scháoadas Cute Skin. Ja, also wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, lasst doch gerne ein Like da und ein Abo und so weiter. Ruheaufnahme mit 20 Minuten, daher springe ich gleich aus dem Pinster. Ciao!